Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Badwars, diesmal in der Quick Badwars Version mit mir, dem Torben und dem Tobi. Hallo Tobi. Guten Tag. Das ist relativ praktisch, auch für Dublin ist mir gerade so aufgefallen. Wenn wir auch mal ab und also vielleicht an einem Tag mal eine Folge Quick Badwars machen, die dann halt ein bisschen schneller geht, also so ist zumindest der Plan. Spontane. Dass wir die auf 10 Minuten kriegen irgendwie, wäre relativ cool. Weil dann können wir jeden Tag ein Video halt bringen. Ich hoffe, das ist auch für euch okay, also dass es euch auch unterhält, Quick Badwars. Selbst wenn nicht, uns interessiert es nicht. Wir wollen nur Money. Genau so ist es. Oh, schade, das Fast Bridge hat bis zu einem Punkt von ihm relativ gut geklappt. Also zumindest besser als bei mir. Grün kann auch Fast Bridge. Zack. Achso, ja, hast du gesehen, ne? Ich dachte mir schon, wieso bist du bei Grün? Aber, bist du ja gar nicht. Okay, das Ding ist, die eine hat, lol, warum hat der, der hat einen Hut auf. Achso, lol. Wie cool ist der denn, ey? Der hat einen Hexenhut auf. Ja, ich habe das schon gesehen. Und der hat Vampirflügel, warum haben die alle solche Sachen? Ach, das ist so ein Cape wahrscheinlich, ne? Das, naja, ja, genau. Boah, da gibt es coole Sachen mittlerweile, ich will auch Vampirflügel. Ja, den gibt es, glaube ich, durch einen sehr gewissen Hut. Wie kann man die denn aktivieren? Ach, dadurch kann man bestimmt auch den Hexenhut aktivieren, ne? Ja, also Grün, äh, ist oben genommen, ne? Hier ist ein Schwert. Ähm, ich habe für uns 10 Sekunden geholt und 3 Gold, mit dem man nichts anfangen kann. Im Mittel sollten wir unser Bettmann schnell zubauen, weil da kommen die ersten. Ablos bei uns, naja. Ja, okay, der hat aber ordentlich Zeit gehabt. Da ist einer! Oh, er ist tot. Das war ein One-Hit. Da war gut, dass ich ihn halt gehört. Ich zeige dir mal einen Trick. Ja, ich zeige dir einen Trick. Hier, du kannst das Bett nämlich hier abbauen. An den Treppen, das vergessen die meisten. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, war jetzt aber nicht so ein krasser Trick, ne? Ich dachte, jetzt kommt hier, du kannst durch einen Bug trotzdem noch, selbst wenn das Bett eingebaut ist, Zeit hinzufüllen. Grün kommt. Ja, der ist unten. Ja, und oben auch. Und er ist tot. Achso, der ist tot. Was kann man sich denn hier für Gold holen? Ähm, Schwert. Der ist einer. Ne, doch nicht, das war die Zeitanzeige. Aber ein Grüner kommt, pass auf. Ich stelle mich ans Bett. Okay, er ist unten. Warum baut er sich wieder hoch? Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrt. Unnecessary, right? Double Fall Damage, nice. Kann er von hinten kommen? Ne. Ne. Ich kaufe mal eine Käste in der Zeit. So, da oben. Okay, er ist unten. Oh, fuck, er hat unser Vollekypten getötet. Ist das ein Hurensohn? Also, der Vollekypte, weil er überhaupt nicht aufgepasst hat. Natürlich nicht ernst gemeint. Lediglich zum Zwecke der Unterhaltung. Hüben, oben. Ja, ja, ich weiß. Lediglich zum Zwecke der Unterhaltung. Natürlich sämtliche Leute. Der geht noch hin. Okay, ich passe auf, dass er nicht ans Bett kommt. Hoch und kill den. Tschüss. Ja, er ist tot. Okay, ich gehe zu grün. Ich auch. Wir haben die meiste Zeit. Ja. Ablaust bei uns. Okay, der holt nochmal ordentlich Zeit, denke ich. Das habe ich natürlich aufgegeben. Also bin ich Hund. Gelb kommt ein Vollekypt ein. Oder sollen wir den töten? Ich weiß es nicht. Du kannst ihn töten. Nee, der rand auch zu grün. Alles klar. Sehr gut. Alles klar. Ja doch, der ist bei sich. Die stehen da so ein bisschen kacke in ihrer Welt, du. Geil, wie hoch ist der Weg von denen denn? Oh wow, das ist gar kein Weg. Das ist einfach nur nichts. Das hätte man mir doch mal sagen können, ey. Der Gelbe kommt von hinten. Pass auf, dass er dich nicht tötet. Ich weiß nicht, wie klug der sich anstellt. Und da kommen zwei Gelbe. Ich denke, ich renne mal kurz zu Gelb. Nee, Gelb ist zu weit. Oh, wir haben ihn mal gekillt. Okay. Bad von Team Grün wurde abgebaut. Das heißt... Habe ich halt gekillt? Nein, bisher nicht. Ich hole Zeit, denke ich. Ja, das war ein bisschen zu hoch. Da wollte ich aber eigentlich nicht runterspringen, muss ich sagen. Wir brauchen Zeit. Wieso? Weil die vor uns sind. Gehen wir die halt vor uns töten? Okay, wir haben Zeit. Ein bisschen. Die haben viel Zeit dazu bekommen. Rot, ne? Ja. Gelb ist auch übrigens tot. Halt vom Bett, ja. Ja, das ist gut. Oh, der Hexenhut. Hinter dem. Ja, dann kriegst du ihn wahrscheinlich. Schön. Der ist jetzt komplett... Wird ordentlich kommen. Das Ding war, ich hatte richtig viel Zeit. Wir brauchen Zeit. Komm mal mit Zeit. Gut. Kannst du hier eine Treppe bauen? Alles klar. Ich war fast nur gefallen, sorry. Macht nichts. Wie viel Zeit hast du? Was konnte ich jetzt? Das ist nicht die Welt, aber... Kannst du kurz Blöcke in die Mitte bringen? Ich habe 13 Gold. Und der andere hat Zeit. Also, der wird aber wahrscheinlich keine Treppe bauen, deswegen. Wo soll ich die Treppe denn bauen? Einfach hier. Ja, ja. Und? Wonderful. Okay. Bring die Zeit zurück. Wow, das hört sich poetisch an. Die gute alte Zeit, liebe Freunde. Waren wir? 18 Gold haben wir bei uns. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay, hältst du die Mitte, Tobi, dass wir uns eben neue Zeit holen können, bis deren Bett abgelaufen ist? Okay, oder so. Bitteschön. So geht es natürlich auch. Danke. Ich wollte das Quickpad, was wir mal richtig taktisch jetzt eigentlich ausspielen. Das wäre cool gewesen. Hätten wir halt so lange... Ach, jetzt beschwörst du dich wieder. Ja, hätten wir halt so lange in die Mitte gehalten, bis die keine Zeit mehr gehabt hätten. Und wir die dann einfach... Weißt du, was ich mir jetzt geholt habe? Was denn? Und sich ein Diamondsport. Ah. So nicht mehr Sport. Ich füll dann auch mal unser Bettchen auf, hier wieder. Hier, ich leg dir noch was in die Kiste, kannst du verenden. Zeit, oder was? Hm? Zeit, oder was? Nee, liegt so vor der Kiste, sorry. Ah, okay. Also, so schnell was. Zwei Rote, unser Blau ist da. Wer springt hier? LOL. Er ist tot. Wie? Ja, er ist tot. Also, der Rote, der bei uns war. Aber jetzt solltest du natürlich nicht mehr offensiv reingehen. Bin ich aber gerade. Die Border verkleinert sich, Tobi. Lass die in die Mitte kommen. Ich bin auch da. Okay, ihr geht also richtig offensiv. Alles klar. Dann komme ich auch mit, natürlich. Bisschen Action, Action. Okay. Der andere hat ihn. GG. Ja, Leute, das war doch eine Quick Bad Wars Runde. Acht Minuten. Genauso wie ich das geplant hatte. Oh ja. Ungefähr. Dann haben wir, ja, wir hatten ja Montag, also gestern für euch, ein kleines Video. Ähm, und ne Quatsch, ein kleines und langes. Ja, geht. Vorgestern, vorgestern hatten wir richtig langes. Gestern war, ich glaube, 15 Minuten gestern. Achso. Also, also, also ordentlich, trotzdem. Deswegen würde ich, um direkt mal weiter aufzunehmen, sagen, beenden wir die Folge hier mit einem, äh, mit einer positiven, ach, fuck ey. Mit einer positiven Bewertung von euch. Bewertung könnt ihr euch beliebt machen bei uns. Ähm, dann kriegt ihr eventuell 10 Euro. Noch beliebter könnt ihr euch natürlich machen, indem ihr auch abonniert. Und, äh, nebenbei verpasst ihr dann auch nichts mehr, wenn wir was hochladen. Des Weiteren danke ich an dieser Stelle euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und... Tschüss. Ciao.